oder was geht ab leute mit einem schnellen kurzen video dachte ich gebe ich euch paar tipps und tricks paar infos zum community day jetzt der startet übrigens um 11 uhr um 11 uhr startet er das war ja das größte geheimnis das größte ritze niemand war sich sicher 10 uhr 11 uhr 12 uhr aber die haben alles schon mit berechnet und um 11 uhr startet alles und das beste ist die fangchance von dieser samm runter gesenkt weil die starter sind ja normalerweise echt schwert zu fangen immer roter kreis richtig zickig und ein dick hat es jetzt runtergeschraubt für den community day was schon mal ein plus ist vor allem für mich weil ich nicht so viele bälle habe was habe ich eigentlich keine tränke keine bälle und dann gibt es hier noch so eine liste mit allen möglichen 100 prozent werten weil die map nicht funktioniert kann man nicht jetzt gezielt auf 100er jagd gehen das ist eine liste ich füge ich das glaube ich auch noch mal in der beschreibung mit ein dann könnt ihr das einfach nur kopieren und dann in pokémon go in die suchleiste eingeben und dann erscheinen alle wie zusammen mit den möglichen wetten zu beachten ist level und wp müssen übereinstimmen weil ihr wisst ja zum beispiel 100er raiquaza hat 2083 der ist aber level 20 und sagen wir wir pushen schlechteres und dann hat es auch 2083 aber das ist dann 21 oder 22 also es ist nur eine mögliche kombination der hunderte falls da ein visa samt von euch genau diese bp hat kann er 100 sein aber muss nicht unbedingt es kann auch ein schlechteres sein ansonsten war es eigentlich wie gesagt echt nur kurze information wünsche euch viel spaß ich habe mir gerade die letzte folge james super angeschaut das muss ich erst noch verarbeiten und dann geht es für mich auch raus dass event nutzen sogar pp machen das war's von mir wie man leiten subscribe kommentieren check die anderen visa folgt mir auf instagram facebook und twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist hier das business